So ein Mist. Jetzt komm schon. Einfach nochmal überlegen. Das klappe halten, du. Ich bin am denken. Dann wirst du halbe Stunde nicht mehr aufhalten. Na gut. So, jetzt hab ich, okay? Leute, ich hab noch Lust in Kino zu gehen. Oh ja. Keine Sorgen. Also, was willst du denn schon wieder? Tja, ähm... Alles okay? Ja, ja. Ich bin dran gewöhnt in diesem Haus. Ich muss immer runterfallen. Also, was willst du? Tja, ähm... Das ist immer das so. So. Und, ähm... Tja, ich will ins Kino gehen. Ja, können wir es. Aber später, in einer Stunde. Mist! Ich will jetzt gehen. Ich will jetzt. Ich will jetzt. Ich will jetzt. Na gut. Also, wir gehen jetzt um zum halben Stunden. Okay. Ach. Du Kleider. Bst. Das Problem ist, wir brauchen ein Ticket. Ich habe ein Ticket. Cool. Oh ja. Mir auch. Hallo Leute. Willkommen zu dem Kino. Hast du ein Ticket oder nicht? Tja. Hier. Ein Ticket. Ah, danke. Also, du kannst gehen. Yeah. Moment mal. Ja, ich auch. Ey, 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 ey. Bist du der Fremde von ihm? Nein. Oh, dummer Leute. Haha. Schon okay. Okay. Also, komm jetzt her. Der fängt bald einen Film an. Warte mal. Wir müssen ganz still sein. Wir haben jetzt ein Popcorn. Und jetzt können wir. Also, wir sind am Schauen. Spiderman Far From Home. Ganz genau. Jetzt geht los. Was für ein schöner Tag. In diesem Morgen. Ja. Ich liebe dich. Ihr auch. Wuuuuh. Ich bin Wasser. Ich bin Wasser. Ich bin Wasser. Pass auf. Echt? Eie. Pass auf. Uuuuuh. Alles okay? Ja. Peter. Also, ich muss jetzt gehen. Oh Mann, ich hab meine Kostüme vergessen. Warte mal. Ich mach einen Swing. Oh nein. Was soll ich denn tun? Ich hab keine Kostüme. Ich hab meine Zuhause ein Kostüme vergessen. Keine Sorge. Ich rette die Stadt. Bier, 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 Bier. Komm. Uuuuuh. Wer ist denn das? Es sieht echt komisch aus. Yeah. Das bin ich. Ich bin der Mysterio. Was zur Hölle? Wer zur Hölle bist du überhaupt? Wer zur Hölle bist du überhaupt? Ich bin der... Ach. Ich bin Mysterio. Wer ist Mysterio? Ich. Du siehst wie anders aus. Wer bist? Wo bist du? Au. Ich will dich umbringen. Ich will dich umbringen. Dieser Film ist cool. Ja. Wirklich super. Yeah. Ja. also ich will dich jetzt umbringen es tut kräftig nein nein ich bin jetzt wieder kräftig aber nicht in dieser zeit was zum höhle war das denn was nein 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 ach englisch was war das ja das habe ich geschafft hey leute seid ihr ganz still oder war was jetzt seid ruhig ich rufe der security hey leute ihr müsst leise sein ok ok tut mir leid ja mir auch oder ihr seid gefeuert dann ok ok ja na sowas habe ich einen guten tag was so breaking news breaking news es hat in london passiert und spiderman war from home und spiderman haben wie mysterio gekämpft oder das seht ihr dann leute das ist nicht was sie was soll ich sagen es hat mich auch einfach aufgehalten und niemals mit tja einfach ruhe halten es ist eine echte blockbuster und ja das habe ich erst extra geholt dass ich wieder zu zeigen kann dieser kamera diese kamera seien echte namen ouch ich seien echte namen tsss 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 So loud!